im Überfluss Gold, Eisen Oh, ich hab Kohle gefunden Alter, jetzt geht's schon direkt wieder aufwärts mit dir Du hast schon Kohle gefunden Schnornen zu tun Heißt, in der Schule schnorr ich immer die Blätter Ich bin immer zu voll, mir einen Block zu kaufen Deswegen schnorr ich immer die Blätter Du wirst vielleicht kein Geld für einen Block Nee, ich wär einfach zu faul Du arme Sau, Alter Äh, ne Hier, die schämen, du Opfer Geh nicht schämen, du Opfer Dann komm wieder hoch, du Lappen Nee, ich baue als Kohle ab Kuhle, 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 Kuhle Gehen wir zusammen mit meinen Riesen Kuhle, Kuhle, Kuhle Kuhle, Kuhle, schwupp die du Bojo, Alter, halt doch einfach dein Maul jetzt Kuhle, 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 Kuhle Kuhle, Kuhle Kuhle, Kuhle Das kann ich schon Schön, sie haben mich komplett ignoriert Ja, ist echt so Eiskalt Die Rede hast du Was hast du zuzuhören, ey Ja Ich lach gerade auch richtig mit Oh Welche die Höhe ist nochmal Meeresspiegel? Äh, 5,5 Extra nicht Würde erst hochkommensitzungsmöglichkeiten Sagen wir es Ja Niklas, wo könnte Der Meeresspiegel sein Ich schätze mal auf einen Nullpunkt Ich wollte gerade sagen Aha Ne, so XY-Achse, Y-Achse Null Aber nur mit ganz viel Glück Ja Und wenn du dich vernünftig Und wenn du den Teller von Vortrag aufgegessen hast Sonst nicht Alter Ne, weil er ist Diamanten und so war ja immer Höhe 13 und so Deswegen hab ich mich gewundert Ja, komm mal jetzt bitte wieder hoch im Ja, ich bin da schon hoch Achso, komm mal jetzt Ist doch schon hoch Ist doch schon hoch, ah Ist doch schon hoch, ah Was, hä, ich bin hier Ne, eben Meeresspiegel ist nämlich auf 62 Also halt mit der Maul jetzt Arschloch Wo ist er denn? Ich weiß es nicht Komm mal mit, Marcel Ja, ach du bist, ach du bist drüben Ich bin auf meiner Insel Ja, komm wieder rüber Ja, warte, ich muss erstmal das Also ich hab jetzt einfach Hier Komplett hier lang gebaut Und jetzt kann ich das hier immer zu sortieren Das heißt, du kannst irgendwas einfach Irgendwas reinklatschen Und dann kann man das dort hinzusortieren Weil das ist tausendmal einfacher Okay Hör auf die Stimme hin Ey, warte mal, ich kann Oh Oh Jetzt geht halt wieder los hier, du Jetzt bin ich wieder richtig in Baulaune Ja Ich, ich glaube, ich werde unseren Vielleicht sind das schon so einen Schmarrn anbauen Brenner Modifizieren Ah, Moment Was könnte zu einem Problem werden? Nee, dann gehe ich einfach tiefer Jetzt habe ich die Farm nackig gemacht Ja, was ist Marcel? Nee, doch nicht Ich muss Weil ich muss irgendwie anpflanzen Marcel da bist Ähm U-Kacke U-Kacke, weißt du, weißt du U-Kacke, verstanden? Nee, Y-Kacke Ja, das weh, das meinte ich Ach, Mann, oh nein Ach, nö Direkt zusortiert hier, ey Scheiße Bisschen mit ganz Ich steh hier Na, Marcel der Farmer Äh, wenn so So Marcel mit der später hat er den Traumbauer zu werden Das ist ein geiler Beruf, damit kannst du so viel bauern, 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 müsste man sagt immer die dummen Bauern, warum müssen heute so viel über Agrarwirtschaft und so wissen Ach, sag bloß, Bauern müssen was über Landwirtschaft wissen Junge Das hab ich jetzt nur gerade gesagt, weil wir das neulich in der Klasse als Thema hatten, weil so ein Idiot gesagt hat, Bauern sind alle dumm Tja Ja, das sind dann, das sind dann immer die dümmsten Ja, ist so, das sind dann immer die dümmsten Hast du überhaupt Spitzhacken oder so? Ich hab ne, ich hab ne Steinspitzhacke Pfff Haltet Wie soll ich die fortgeschritten, Junge? Scheiße Sag mal an, du Oh, ne Goldspitzhacke Ich hab auch ne Diamantspitzhacke Die Goldspitzhacke ist ja so viel besser Gehen mega schnell kaputt und effektiver als ein Holzspitzhacke sitzt aber nicht Wegen ist Gold richtig schmantig Und du backst ja nicht so rum He Oh, da ist Kohle Ja, ist nicht wichtig Ich will Kohle Stimmt, ich brauch schon die Kohle ab Ja, ich brauch schon die Kohle ab So, 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 so Ja, macht voll Sinn Wie behindert bin ich hier gerade? Alter, okay So Old MacDonalds hat ne Farm hier, yahoo Hast du ne Eisenspitzhacke für mich oder so? Ja, ne Ja, legt er Weiß Das muss ich mit meiner Ideerspiezeiten Das trip mein, find ich auch nichts So, das ist hier Das ist mein weiter Ach, nee, Gott Wie du recht denkst, auch hier ist Eisen Wie du gleich immer denkst, dass so Direkt immer nichts findest So, gebe ich dir gleich, weil ich noch, im Moment, kein Ritzen brauche Ja So, okay, das heißt, das wird alles hier schön aufgeteilt Das find ich gut Aber ich hab schon Eisen Ich baue nach vorne Alter, mein Bruder macht hier gerade, äh, Cock-Sack-Bewegungen hier, Alter So Ey, ich brauche Kartoffeln Ey, wer hat meine Kartoffeln hier weggenommen? Die sind alle in der Kiste Alter, wer ist hier auf meinem Feld rumgesprungen, Mann? Wieso, ne? Du Arsch Ja, ich hab das nur aktiviert, wenn ich mich mal Dann hab ich wieder ein bisschen was angefangen Oh, hier mega viel Eisen, Alter Trotzdem, jetzt findest du das die ganze Zeit Ja, Janiklas, du bist ja komisch Warum, warum, warum gehst du nicht einfach... Wenn ich kein Eisen finde, kann ich ja nichts mehr Oh, wenn man kein Eisen findet Das ist ja nun wirklich Glück Was? Okay Au, solange wie ihr schon unterwegs seid, müsstet ihr mindestens schon... Also, Erdeisen Ich hab kein Eisen gefunden bisher Ich hab schon so viele Dias gefunden Also wenn ich das schweißt oder was? Ich hab schon ne ganz verzauberte Dier-Rüste Ja Sehr gut Ich hab, äh, jetzt auch ein, äh, die, äh... Ich brauch gebrannten Stein Ja? Ich will meine, meine Insel mit einer fetten Mauer umziehen Echt jetzt? Ja Okay, dann... Nimm ein bisschen Bruchstein mit nach oben und dann packe ich das gleich in die Kiste Gier, Spitz hat nichts mehr Kaputt Letzte Cola So Machst du da, wo bist du denn? Okay, ich brauche auf jeden Fall noch Kohle hat irgendjemanden... Wo brauchst du denn hin, Alter? Freiwillig Kohle? Ich hab ein ganzes der Kohle Ja Oh, sorry Äh, Marcel, spendest du deine Kohle? Ja Ja, nimm, nimm alles Mach das Ja, da ist, ich hab das Geld, ja Achso, dann kann ich auch direkt dein Eisen und sowas zuordnen Ja, Diori, du an dir seht Redstone Labzlazuli, lass ich dir mal Was bringen eigentlich diese ganzen neuen, äh, äh, Gestein? Siehen besser aus Siehen gut aus oder so Ich weiß nicht, also an sich bringen die eigentlich gar nichts So, dann können wir hier direkt die Kohle reinhauen Eisen Ja, ich hab ein bisschen Eisen gefunden Ja, ich hab ein bisschen Eisen gefunden Das mal auf ein blindes Schweinfeld, mal ein Trüffel oder so Ja, genau Oder ich weiß nicht, wie das ist, oder? Ein blindes Huhn findet ein Korn, aber kein blindes Schweinfeld, ein Trüffel, Alter, du so durcheinander, ey Wie ging das Sprichwort nochmal? Ein blindes Schweinfeld auf meinen Trüffel Das ist auch ein Sprichwort Äh... Ja, weiß ich auch Ja, Spitzel kaputt hast du eine für mich Okay, dann schüss Ja, warte, 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 warte Egal, damit hab ich ja schon mal Stöcker Hast du mehr? Ja Ja, mach mal eine Workbench und stell dich hin Möglichst nicht auf dem Weg, sondern um hin So, das bräuchte ich gerade alles So, wenn ich noch richtig auf den Sack geh, ne Jetzt hör doch mal auf Nee Haha Ich verspast dir Ja, stell dich auch noch... Alter, Junge Jetzt verpiss dich doch Ah, Junge Ja, mach mich doch jetzt mal Hä, wo ist mein Ofen hin? Ja, ich hab den nicht Ich hab auch keinen Nein Der einzige Nachteil durch diese Braterei ist halt Oh, du hast schon mal was für dich selber gekocht Also, das geht ja richtig bergauf mit dir, du Ah, man könnte Hm Ich glaube, das wär cooler Und hier Und dann das da Dann hat man hier auch nicht so ne Kaktur Am rumchillen Ach ja, ich baue hier die ganze Zeit mit diesen Trichtern durch die Gegend, Alter Ich entdecke gerade mein Tuch für mich neu, weil das eine der Erneuerungen ist, die... Echt geil Ach nee Scheiße Du sollst Stripmine und ich weiter geradeaus machen Ich will nur mit Anfängern zu tun, ne? Ich will nur mit Anfängern zu tun, ne? Er ist ne Anfänger Ich würde ein bisschen geradeaus und dann mach ich wieder Seitengänge Ja, äh, als hätten wir ja nicht ne drei Kilometer lange Strecke, wo du dich nur austoben kannst Sind's echt drei Kilometer? Alter, Janik, das... Ehrlich jetzt gerade? Moin, er findet dir recht wieder was Ja, weil du nicht... Ja, ist egal Nein, ich stück mal hier überhaupt nicht, ne? Ich stück mal hier überhaupt nicht, ne? Ich bist ja grad... Bist auch grad wieder hier, ne? Was, hey, Strip meint er oder macht er irgendeine Scheiße? Ja, das stück man schon Ja, du baust ja auch richtig weit rein, ne? Also... Wenn du dann nur fünf Blöcke nach vorne gehst, dann wird das auch nichts Ja, so kenn ich das Du musst schon mal so zehn, fünfzehn Blöcke nach vorne gehen So... Die haben wir schon zugleich gepackt So... So... Boah, wir haben schon 29 Steine, ich glaub's ja gar nicht Das ist ja unglaublich So... Achso, ich hatte auch noch gar keine... Einfach mach ich dann lieber doch ne neue So... Äh... Sagt mal einer von euch ein bisschen was? Weil gerade rauscht es Ja... Ja, danke, okay So, ähm... Stein... Und... Bei... 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 Der... Rest... Wie kann ich denn das reintun und hier kann ich dann... So... Das sieht doch schon gut aus... So... Dann kann ich da raus auch dann... Gleich nochmal eben schnell... Die Sachen nehmen die da nicht rein gehören War das schon alles? Ja... So... Also wir haben jetzt drei große Kisten, die wir mit... Äh... Bruchstein befüllen könnten Wenn wir wollten Deswegen denk ich mal, dass wir das wohl... hinkriegen werden Also... An Platzmangels auf jeden Fall nicht Ähm... So... Bei Stein... Jo... So... Dann bauen wir mal eben schnell...